RTL 2. Denken Sie nur an Fernsehen? Im Unternehmen RTL 2 steckt so viel mehr. Wir stehen für das Meer an Kreativität und das Meer an Überraschung. Wenn es darum geht, Zielgruppen zu erreichen, Marken zu positionieren, neue Wege zu gehen. Denken Sie weiter. Machen Sie sich eine Vorstellung davon, wohin sich multimediale Unterhaltung entwickelt. Wir schufen mit Berlin Tag und Nacht oder auch Köln 50667 Phänomene, die vorher niemand für möglich hielt. Denn als einer der ersten Sender in Deutschland haben wir konsequent und äußerst erfolgreich TV-Formate in dem Online-Bereich erweitert. Schon heute schaffen wir viele Millionen Kontakte pro Monat. Über zahlreiche Websites und ein großes Video-on-Demand-Angebot. Über Social-Media-Kanäle oder auch über YouTube. Unsere Marken, Formate und Inhalte künftig noch stärker cross-medial zu vernetzen, ist ein logischer Bestandteil unserer Strategie. Denken Sie weiter. An ein Unternehmen, das seine TV-Fans auf allen Plattformen begleitet. Von TV bis Tablet, von Smartphone bis HBB-TV. Eine Markenwelt, die Fans und Zuschauern eigene Apps bietet. Und auch neben TV und Online ist RTL 2 Teil in der Welt des Zuschauers. Über Events, Bücher, Produktlizenzen und in Zeitschriften. Wir setzen Trends. Wir sind unverwechselbar. Wir fühlen mit und packen an. Wir sorgen für Gesprächsstoff. Wir zeigen das Leben in allen Facetten. Mit einer Fülle an Spielfilmen. Mit einzigartigen Serien in Hollywood-Qualität. Watch The Walking Dead on RTL 2. Vor allem jedoch mit unseren Eigenproduktionen. Innovation und Neugier. Damit entwickeln wir mit neuen Genrefarben unser Programmportfolio beständig weiter. Denken Sie weiter. Ich werde Ihnen jetzt etwas über die klügste Investition Ihres Lebens erzählen. Wie könnte ein Medienunternehmen die Wünsche und Ziele seiner Werbekunden besser unterstützen als mit hausinternen Spezialisten? RTL 2 vermarktet sich selbst durch seine hundertprozentige Tochter Elkartel Media. Und entwickelt so Hand in Hand bestmögliche Konzepte, um starkes Programm mit den starken Marken seiner Kunden zu verbinden. Denken Sie mit uns. Als Arbeitgeber bietet RTL 2 in einem der modernsten Medienhäuser des Landes attraktive Chancen und viele Entfaltungsoptionen für das Know-how und Talent seiner Mitarbeiter. Eine weitgefasste Jobbeschreibung. Es warten spannende Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen auf Sie. Denken Sie weiter. RTL 2